So, jetzt haben wir was zum Trinken. Wie schaut es aus? Eigentlich müsste es dann gleich starten. So, wir kommen zum, wenn mich nicht täusche, zum fünften Teil. Weil ich dazwischen immer die Aufnahmen unterbreche, sonst wird es zu lange und versuche das immer auch ein bisschen abzukürzen. So, es geht weiter und wir schauen uns den Storyboard Modus weiter an, sofern mein Rechner gleich mal Ja sagt. Es kann sich nur um Stunden handeln. So, finde und entdecke Flohrflammen, um Schnellreizorte da freizuschalten und Zeit zu verkürzen, die du brauchst, um die Aktivitäten dort zu erkunden. Gut, das haben wir ja schon gecheckt. Immer mit diesem Rudingszauber. Die Keblox-Zielanvision ist ein mächtiges Weichstack gegen einen Gegner, gegen den du eine Kombo anwenden willst. Oder sonst noch Leute, schon wieder neue Tasten Keblox. Okay. Na dann, dann muss man das ganze Keyboard ja scheinbar durchspülen, sondern das Zauberer. Hallo Franzi, willkommen. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können... Warum fällt denn nicht unser Neuzugang an? Was? Immer der Neuzugang, verdammt. Ich finde das nicht okay. Immer die Neun. Franzi, ich glaube, das ist auch was für dich. Ich habe es gestern Nacht zum Teil gratis bekommen. ...und lassen Sie es im letzten Moment wieder an. Nun, stellen Sie es sich wie eine kanzigen Kobold-Steine vor. Aber statt den Murmann zu werfen, müssen Sie die Murmann zu sich rufen. Der Trick ist, wie weit, so weit wie möglich zu ziehen. Aber nicht so weit. Du kannst ja mir zusehen. Momentan ist es ja auch nicht unbedingt günstig. ...über die Theorie dahinter sprechen. Aber Prüfung macht den Meister. Zeigen Sie es uns. Jetzt habe ich wenigstens eine Ausrede für die Aufnahme. Für die Anfänger, die sich das Spiel anschauen wollen oder überlegen, wenn Sie keinen starken Rechner haben, das auch zu zocken. Es geht. Wie schon in Teil 1, 2, 3 und 4 wiederholt. Ich komme damit zurecht. Ich stream daneben. Und es geht heute um Zaubererei, ihr Muggel. So, ich mag auch den vielen Herr Potter nicht. Achso, okay. Ich habe den mögen. Den ersten auf alle Fälle. Aber das ist Geschmackssache. Das ist okay. So. Im Chat schreibt jemand. Denk dran, die Kugel darf nicht runterfallen. Okay. Das heißt, du musst die wahrscheinlich mehrmals. Okay. Das waren 2. Aufnahme Arcadio. Arcadio war 3. Nein. Warte mal. 4. Die Kugel. Habe ich das dann scheinbar auch richtig gemacht, oder wie? Der Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Damn. Immer ich. Verdammt. Such doch jemanden. Was? Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss O und I. Sie spielen rot. Verstanden? Ja, Sir. Ah, toll. Okay. Konzentration. Ich muss sie das jetzt noch kurz antippen, oder woran liegt das jetzt? Verdammt. Moment mal, ich kann ja mit der Kugel die anderen zwei vielleicht jetzt an den Dienst stoßen, oder? Verdammt. Verdammt. Voll verkackt. Wie geharmt. Na die doch unterschupfen. Genau so wird das gemacht. Ja, toll. Fünf Jahre Unterricht. Wie stoppe ich denn das? Du musst den Zauber loslassen. Ach so. Du stellst dich ziemlich gut dafür. Ah. Danke für den Tipp. Na wenigstens 20 Punkte. Also, man muss den, nicht so wie ich, die Taste gedrückt lassen, sondern einmal kurz antippen, oder halt zwei Sekunden, und umso länger man halt drückt, umso länger halt die Kugel. Verstehe. Okay, okay. Das war der Trick dahinter. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. In der Tat. Den Druck gibt dabei. Das erfordert ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alle. Ich mag sie nicht, sie ist unsympathisch jetzt. Umgebar. Zu früh, zu lang, zu fest, zu... Ekelhaft. Kurz antippen, hat er gesagt. Ah, wieder zu fest. Ja. Ich werde von einem Mädchen fertig gemacht. So. So. Jetzt stehen, mein... F*** noch mal! Hallo an! Meine Güte! Ja, ich habe schon gesagt, ich werde viel Spaß mit mir haben. Aber wenn ich das Spiel schaffe, dann schaffe ich das. das jeder einmal so nebenbei auch für die anfänger die das vielleicht spielen wollen voll verkackt und dann legt er mich noch an so aber dafür habe ich die anderen sachen ja richtig gemacht so wir gucken wie es weitergeht ich will jetzt Honigbier ne Milchbier ne wie heißt das Bier da verdammt ihr habt gegen ein Mädchen verloren gegen ein Mädchen ihr könnt das sicher besser wenn ihr das erste mal sagt Leute ihr müsst das Mädchen schlagen und dann schreibt ihr mir ob ihr das geschafft habt schickt mir ein kurzes Video so geht das so und weiter geht's Butterbier genau Butterbier verdammt Blutbier wieso fällt mir sowas jetzt ein das war ja aus irgendeinem Film glaube ich gibt es das sogar Honigbier habe ich schon mal getrunken das gibt es tatsächlich alles klar oh nein lass mich nicht alleine lass mich nicht alleine ich werde voll sterben wenn du gehst du musst jetzt bleiben minimum noch eine Stunde um mich da durchzuführen eigentlich bist du mein Mentor der alte da der ist ja nie da wenn man braucht so wie schaut es aus was macht mein Rechner schon wieder nix doch es bewegt sich was wir sind fertig vergessen sie ihre Sachen nicht wie jetzt ich wollte es na wenigstens siehst du chat Wochen hat es gedauert bei ihr ja ich habe zehn Sekunden Zeit gehabt ja danke dass du das sagst es ist sehr viel auf einmal das kann man sagen ich weiß noch wie es mir bei meiner Ankunft ging ich bin kurz vor meinem vierten Jahr von Wagadu hierher gewechselt meine Mutter erhielt ein Angebot hier Wahrsagen zu unterrichten und ehe ich mich versah verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt in einer ganz neuen Schule ah das erklärt den Vorpunkt da steht verstehe wie groß ist U-Ga-Du die Magie ist auf Wagadu gleich das klingt vielleicht seltsam aber ist die Magie auf Wagadu genau wie hier Wagadu größtenteils ja aber hier musste ich lernen wie man einen Zauberstab benutzt das tut kaum jemand bei Wagadu seht ihr das der Lehrer der Professor wie der uns beobachtet du kannst wirklich ohne Zauberstab zaubern oh ja da da ich empfinde stablose Magie als viel Instinkt ne ist man suspekt und es ist viel praktischer wenn man keinen Zauberstab hat aber ich muss zugeben der Arsch hat mich vor der ganzen Klasse auflaufen lassen sie wirken so dramatisch vielen Dank dafür wie groß ist der U-Ga-Du wie sieht der U-Ga-Du aus schön mehr über andere Zaubersprüche zu hören danke dass du fragst ich vermisse Wolgadu aber ich bin froh hier in Hogwarts zu sein alter der stirbt mir richtig an der bewegt sich keinen Centimeter seht ihr das wer will mit mir sprechen wer will mit mir sprechen verdammt aha jetzt haben wir doch schon mehr bei Zaubersprüchen bei jeder kommt schweilen nicht das der flug wird dass bei von in 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 So, wo ist jetzt das mit dem Ziel, hm? Hä? Auf ein Wort! Nein, du kannst jetzt noch mal warten. Verdammt. Das war da. Da. Warte! Das Schutzschild hat aber nur kurz. Ich glaube, das wird dann auch noch... Okay, 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 okay. Hm. So, was will er von mir? Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon erwartbar im Ine? Miss O'Neill ist sehr talentiert. Grämen Sie sich nicht allzu sehr. Schließlich lernt man aus Niederlagen oft am Meisterstil, Professor. Das war eine spannende Partie. Miss O'Neill ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas farbig. Ja, in Österreich sagt man bocciat. Versuchen Sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Jeder will immer irgendetwas von mir. Okay, Aufgabe abgeschlossen. Gucken wir mal ins Menü. Nein, falscher Knopf. So, Aufträge, Herausforderungen. Ausrüstung. Haben wir da irgendwas bekommen? Nein. Gold haben wir ein wenig dazu bekommen. Okay. Sammlungen. Da haben wir nichts. Da haben wir was. Okay, Herausforderungen. Das haben wir eh gerade gemacht. Aufträge wieder. Karte, Aufträge, Aufträge. Abgeschlossen. Aha, wir haben also noch einen Auftrag. Alles klar. Müssen wir keinen neuen holen. So, jetzt läuft das ganze. Neue Karte. Dann gehen wir mal los. Ups. Ups. Stump, dum, 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 dum. Hallo, du bist der Neuzugang, nicht wahr? Ja. Und du? Ja, wie verkackt, ob ich ein Mädchen verloren habe, verdammt. Ja, das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Ich bin mir doch nicht so sicher. Aber er überschätzt sich ziemlich oft. Ja, das muss Anfängerglück gewesen sein. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. Da läuft dort eine Kiste. Was ist denn da? So, wie war das jetzt mit den Fähendings? Was? Man, nett. Das ist ja lieb. Mietz, mietz, mietz. Da laufen mehrere rum. Hm? Hm? Nee, da sind wir ganz falsch. Das ist ja dann so, dass wir ja eine Karte haben. So, langsam kommen wir ja da rein. Nebenaufträge sind jetzt verfügbar. Verfügbar gibt Nebenaufträge, sind in der Region von Hogwarts mitgekenseln können. Blablabla, blablabla, okay. Wir wollen da hin. Das wird sicherlich noch drei, vier Mal dauern, bis ich das kapiert habe. Aber, man sieht, auch ich kapiere es für die Anfänger. Also, wenn man das weiter weiß, dann kann man immer auf die Karte gehen. Aber was hat es da mit der Truhe auf sich? Das würde mich interessieren. Da ist irgendwo was versteckt. Scheinbar nicht. Und, glaube ich, soll man das immer machen, also so ein Tipp für die Anfänger. Man soll immer, egal wo man dann rumläuft und hingeht und Dinge tut, da wird immer... Da wird wieder zum Beispiel was angezeigt. Ich komme da rein. Aber da kann ich nicht reingehen, oder? Kann ich da reingehen? Schauen wir mal da rein. Wir sind auf der Toilette. Aha. Eine Truhe mit an Auge. Ich glaube, mich zu erinnern beim Lesen, dass man sich dieser Truhe unsichtbar nähern kann und dann die Truhe öffnen kann. Ansonsten geht das nicht. Das ist nebenbei mal. Mal schauen, ob wir das später dann ausprobieren können. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wenn wir Bio müssen aufs Klo, wo wir hin müssen. So, ich mag das auch mitten rumlaufen, um ehrlich zu sein. Es gibt sicherlich auch die Abkürzung. Aber da, wer war denn... Hat der mir gerade zugewunken? Der hat sich gerade bewegt. Der hat doch den Arm bewegt. Das habe ich genau gesehen. Wenigstens bewegen sich die Treppen nicht. Dann würde ich überhaupt nicht mehr wissen, wo ich hin muss. Da gibt es wieder was zum Angucken. Aha, jetzt kann man Dinge bewegen. Okay, verstehe. Wow, daneben. Ich will den Klobus treffen. Jetzt kann man den Klobus anheben. Aha, also da rechts sieht man dann, wie oft man das Ganze dann hat. Die 3 ist noch nicht freigeschalten. Das ist dann quasi F... Also 1, 2, 3, so. Wo geht es jetzt weiter? Da geht es zu lang. Moment, das war falsch. Oder? Moment, ich finde es blöd. Verdammt, nein! Ich kann nicht, wenn ich den Song der Bildschirm hängt. Nee, Spaß. Äh, da, ja. Eieieieiei. Ah, frische Luft. Da ist immer nix. Stopp, da ist was. Da geht es so viel zu erkunden, habe ich das Gefühl. Da kann man wahrscheinlich Stunden verbringen. Aber es geht eher um das so viel Einstieg. Und ob man das auch mit einem schwachen Rechner spielen kann. So, mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. Auftrag gestartet ist nach dem... Wesley, nach dem Unterricht. Okay. Was ist mit dem Raum, Professor? Weiter geht's! Ihr Muggel. Ihr Muggel. Oh, hä, entschuldigen Sie die... Ach, da sind sie. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden lieben gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Roman. Professor Figg hat Ihnen auf dem kleinen Umweg offenbar einiges beigebracht. Äh, wo waren Sie noch mal? Bei Ruinen? Ich vermute, dass wir hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist das nicht so? So, hm, diplomatische Antwort. Hat Professor Figg nichts zu meiner Ausbildung gesagt? Er ist immer noch sehr zugeknoppt, was die Details angeht. Nur ein paar Zaubersprüche hat er erwähnt. Previndo und Luz? Ja, richtig, Professor. Aha. Als wollte man ein Spoiler ein so nett entlocken. Trotzdem müssen Sie auf dem bereits gelernten aufbauen. Darum habe ich Ihre Professoren gebeten, Ihnen eine Schmerzaufgabe zu geben, damit Sie schneller vorankommen. Ich bin wirklich nicht sicher, ob ich Zeit dafür habe, Professor. Die finden Sie schon. Sie werden sicher verblüfft sein, wie viel Sie noch lernen können. Also, das ist mein erster Doc. Sie wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Oli Wendisch sieht den perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Jawohl, sowas von. Kommen Sie aus, kann es losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Hm. Vielleicht Sebastian Selle oder Natsai Oli. Ich habe Sie öfter mit Ihnen gesehen. Ich möchte mit Natsi gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Oli ist eine der begabtesten Schülerinnen und kennt die Gegend. Sie sorgt dafür, dass Ihnen unterwegs keine von Victor Ruckwoods Scherben begegnen. Ruckwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg, wie auch seiner rechten Hand. Der Philus Harlow. Sind Sie mit Professor Romans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung aufs Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Wesen ein Butterbier genießen. Sie sehen. Werde dich bei Professor. So, Belohnung, was? Belohnung, Repro, ok, 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 keine Aufträge, nix, ok, Karte, Sammlung, Drohnen, Handseite, da haben wir noch nichts erreicht. Auftrag verfolgen und wieder Escape zurück. Schwiegere Soronen, um deine Haushalt zu erhalten, Aufgaben sind Aufträge in den Fokus, sofern geben werden dir die neuen Zaubersprüchen belohnen, ah, dann kriege ich wieder einen Zauberspruch, ok, ich habe ja nicht einmal die 5 gemerkt. Für andere Aufträge, bitte, Handbuch, alles klar. Ja, dann machen wir jetzt noch die Geschichte, 4 Teil 5. Das ist jetzt auch eine gute Frage, wenn man da schon mal was gefunden hat, taucht dann da wieder was auf, oder war es das? Oh, da ist wieder Ruhe. Was ist aber noch nicht so ganz kapiert? Wahrscheinlich kann ich die noch nicht aufmachen. Ah, da sind sie. Können Sie mir einmal einen Zauber beibringen? Ja, in der Tat, einen wirklich nützlichen Zauber, den Wiederherstellungszauber Belharo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Okay. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Kann man das bei einem Menschen auch anwenden, beim Muggel. Also, wie Sie erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden Sie von Ihnen Vorbereitenden der Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Rebaro im Handumdrehen erlernen. Rebaro. Warum muss ich für Rebaro erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrungen ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Alarm mit einer neuen Magieform. Oder eines Spiels. Hm. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Das ist die richtige Stelle. Wo ist nun das fliegende Blatt? Ich muss doch ein Tick muss sein, no? Ah, da drüben ist eine Statue. Das schaut ja sehr verdächtig aus. Nee, da sind wir falsch. Zerbrochene Statue, schon klar, aber... muss ich da wieder ganz hin? In der Nähe der zerbrochenen Statue. Aber da habe ich doch was gesehen. Ach. Was ist da? Da ist doch das Plot. Oder? Vielleicht? Nicht? Ach, hier. Oder... Die zwei? Aha. Ah. Ich finde das daneben immer gleich mit der Musik, aber das war nicht das, was ich brauche. Das fliegende Blatt, ah da oben, verdammt der Axt, das fliegende Blatt, verstehe. Also es geht ja doch, jetzt laufe ich da immer mit dem Buch rum, scheinbar, ne das Buch ist wieder wegpasst. Also man muss die Zauber dann anwenden, wie jetzt in dem Fall den Schwebezauber, um jetzt die Buchseite zufällig zu finden und den Blattzauber, da hat man ja den 4, mir fällt jetzt der Sauberspruch nicht ein, Leute. Das heißt, man muss den Kopf einschalten. Ok, finde ich gut. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Noch eins, ok. Das brauchen wir wieder die 4. Und jetzt wieder zurück. Ich hoffe, die ersten Aufgaben haben Ihnen nicht zu viel Mühe bereitet. Ne, diesmal hat es soweit funktioniert. Willkommen back in the Chat. Alter. Ich darf jetzt nicht verkacken. Ich darf jetzt den Fokus für Ihre Nacht. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey! Ey, 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 ey! Ta-raaa. Ah, um den Wiederherstellungszauber Reparo, kannst du zerbrochene Objekte und deine Umgebung reparieren. Das war doch... Uh, Level 3! Level 3! Oh mein Gott! So, die Statue, die Statue, die Statue, die Statue. Die war doch, die war doch... Die war doch da hinten irgendwo. So, das Horst, das Horst... Da... Na, gucken wir mal. 3, 2, 1... Na, und? Gucken wir uns mal die Statue an. Okay... Hm... Schaut eher so aus, dass der irgendwas sieht, was nicht schön ist. Obwohl die Aussicht ist ja mal... nice. Hm... Na dann... So, langsam kommen wir ja in die Sache rein, Leute. Level 3! So, Aufträge! Willkommen in Hong Kong, ne? Okay, das nehmen wir mal an. Auf der Karte... Winden... So, schön, das ist schon angezeichnet. Dann machen wir die Nummer noch fertig. Vier Teil 5! Und dann machen wir dann mal da... Bei der Aufnahme Pause spielen wir noch ein bisschen weiter. Und am Abend geht es dann wieder weiter live mit diesem Spiel. Zwischendrin sagt man wieder was anderes. So... So... Jetzt... Von der Reden... In die falsche Richtung... Da geht es lang. Großes Tor! Alter Schwede! Und wir machen das einfach so lässig auf, ne? Gut geschmiert! Das kann doch nicht so schwer sein wie jetzt außen! Hm... Die zieht nur rum. Also wir haben jetzt dann quasi einige Fähigkeiten freigeschalten. Die Taschenlampe... Dinge schweben zu lassen. Dass man als Combo dann dann tut. Also schweben lassen, gleich angreifen. Das haben wir ja auch schon gelernt. Wurde auch schon im Chat empfohlen, Kombos eben zu spielen. Das ist halt dann auch wahrscheinlich Übungssache. Haben die da gerade... Hören auf zu... Da gibt es so viele Kleinigkeiten auch, was mir auch taugt. Das hat mir im Film auch schon getaugt. Obwohl ich eigentlich... Erwachsener Mensch bin. Aber ich mag so Fantasy-Sachen. So wie Herr der Ringe und solche Dinge. Wo eben auch Harry Potter. Und wie gesagt, es ist lange her, dass ich mir... ein Spiel gönne. Zum Teil auch gesponsert worden ist. Bis jetzt mir persönlich taugt's. Mein Rechnen ist aber sehr schlecht. Muss ich dazu sagen. Es ist nicht unbedingt der Beste. Und es ist spielbar. Auch mit der Grafik. Und wenn man das natürlich auf volle Power fährt... Hallo. Suchst du nach mir? Ja. Ist das eine coole Sache. So. Nati, hoffentlich wartest du noch nicht lange. Überhaupt nicht. Professor Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Du freust dich sicher wieder eigene Sachen zu haben. Um das dort zu sehen. Ich freue mich schon darauf. Gut. Sollen wir dann? Ich habe vor dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Na dann. Viel Spaß. Nachdem die Schulleitung ja alles zahlt. Tja. Also mein Besen muss schwarz sein. Ja. Das müssen wir schon einmal klar. Wenn wir dort shoppen gehen. Oh, eine Eule gibt es ja auch. Genau. Die die Post zustellt. Ich werde die hässlichste Eule nehmen, die es gibt. Ja. In diesem Sinne. Wir beenden. Wieder die Aufnahme. Danke fürs Zusehen. Und ich freue mich schon auf Teil 6 mit euch. So. Das habe ich mal. Das habe ich schon mal.